Es sind alle vier da, eins, zwei, drei, Anna Földner, da sind sie. Platz Nummer vier, Reinhard und Stefanie, Startnummer 30 von der Sportgeber, Rock'n'Roll Club Kreuzestein in Wien. Damit kommen wir aufs Stockern mit dem Platz 3, mit der Startnummer 28, Martin und Laura von der Formation. Platz Nummer zwei. Startnummer 31, Bastian und Anna von der Rock'Explosion, die übrigen. Somit gratulieren wir zum Platz Nummer eins, der Startnummer 29, Jürgen und Anna-Marie von der Formation 88. Applaus Entfreundlos. So, Gratulation und so kommen wir...